Willkommen Leute zu diesem Video, in diesem Video wollte ich einfach mal ganz kurz sagen, dass jetzt mein Design Shop eröffnet ist, der Link ist in der Beschreibung und da könnt ihr euch für relativ wenig Geld mit Paysafe Card coole Designs kaufen und Intros werden jetzt auch bald dazukommen und ja, der Link ist unten in der Beschreibung Wie gesagt, das hier ist nur ein ganz kurzes Ankündigungsvideo zur Hinweisung und wenn ihr mein wirklich neuestes Video, also das hier ist ja kein richtiges Video, noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das unbedingt an Link ist in der Beschreibung und wird jetzt eingeblendet Äh, ja, das war's, bis zum nächsten Mal, haut rein und auf Wiedersehen